Sieg, Sieg, Sieg! Der größte Triumph in der Nachkriegsgeschichte. David siegt gegen Goliath. Kompakt siegt über Fäser. Die Demokratie siegt über die Diktatur. Und das Volk siegt über das Regime. Heute hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Eilentscheidung das Kompaktverbot auf Eis gelegt. Wir können jetzt mindestens zwei bis drei Jahre in Ruhe weiterarbeiten. Danke! Wir fordern den Rücktritt von Nancy Fäser, der verfassungsfeindlichen Innenministerin. Sie wollte uns mundtot machen, sie wollte euch die Stimme nehmen und damit ist sie nicht durchgekommen. Jetzt ist sie fällig. Ihre Zeit ist abgelaufen. Und die Rücktritt ist überfällig. Das rote C kann wieder gezeigt werden. Und ich danke allen, die uns in dieser schweren Zeit unterstützt haben, uns geholfen haben. Wir sind so dankbar. Und jetzt können wir erstmal weiterarbeiten. Es ist ein großer Tag für die Pressefreiheit. Wir geben euch Bescheid, wann wir wieder startklar sind. Im Augenblick sind wir ja noch blockiert, weil alle unsere Wertgegenstände, Technik, Computer sind noch bei der Diktatorin. Aber wir hoffen auf baldige Rückgabe. Bis bald! Darauf! Kompakt lebt! Kompakt lebt! Fäser ist fällig! Auf den Sieg! Wir freuen uns auf die nächsten Kompakt TV Nachrichten! Sieg, Sieg, Sieg! Der größte Triumph in der Nachkriegsgeschichte. David siegt gegen Goliath. Kompakt siegt über Fäser. Die Demokratie siegt über die Diktatur. Und das Volk siegt über das Regime. Heute hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Eilentscheidung das Kompaktverbot auf Eis gelegt. Wir können jetzt mindestens zwei bis drei Jahre in Ruhe weiterarbeiten. Danke! Wir fordern den Rücktritt von Nancy Fäser, der verfassungsfeindlichen Innenministerin. Sie wollte uns mundtot machen. Sie wollte euch die Stimme nehmen und damit ist sie nicht durchgekommen. Jetzt ist sie fällig. Ihre Zeit ist abgelaufen. Und die Rücktritt ist überfällig. Das rote C kann wieder gezeigt werden. Und ich danke allen, die uns in dieser schweren Zeit unterstützt haben, uns geholfen haben. Wir sind so dankbar. Und jetzt können wir erstmal weiterarbeiten. Es ist ein großer Tag für die Pressefreiheit. Wir geben euch Bescheid, wann wir wieder startklar sind. Im Augenblick sind wir ja noch blockiert, weil alle unsere Wertgegenstände, Technik, Computer sind noch bei der Diktatorin. Aber wir hoffen auf baldige Rückgabe. Bis bald! Darauf! Wir freuen uns auf die nächsten Kompakt-TV-Nachrichten. Wir freuen uns auf die Frage. Die Frage ist ja auch die Frage! Und wir brauchen uns um den Garten zu zu trên.